Ich komme mit relativ vielen Menschen zusammen. Ich höre viele Dinge, die Menschen bewegen. Und in vielen Stimmen wird deutlich, dass die Menschen empfinden, dass sie in einer großen Dürre leben. Für sich persönlich, für das, was sie in unserer Gesellschaft sehen, für das, was sie umgibt. Es ist einfach so, als wäre es eine Wüstenzeit, durch die sie gehen, durch etwas, was sie bedrängt, durch das, was sie fast zum Vertrocknen bringen will. Aber in der Bibel heißt es, ihr sollt gepflanzt sein an Wasserbächen. Und wenn die Hitze kommt, sollt ihr nicht an dieser Hitze zugrunde gehen, sondern ich will euch wirklich zur Frucht bringen in diesem, was ihr jetzt gerade erlebt. Es wird Frucht geben in dieser Dürre, denn diese Dürre wird dich nicht erreichen, sondern du wirst gepflanzt sein an Wasserbächen, du wirst erfrischt sein, du wirst Frucht bringen für Gott. Und ich wünsche dir, dass du das heute erlebst, dass du gepflanzt bist an diesen Wasserbächen Gottes, dass du in dieser Beziehung zu Gott lebst und wächst und dass du einfach gespeist wirst aus diesen Verheißungen Gottes in seinem Wort, die dir Leben sind, die dir Kraft geben, die dir Zukunft geben, die dir Hoffnung geben und die dir eine Vision in dein Leben geben wollen. Das ist das, wovon die Bibel spricht. Wir werden in Zeiten der Dürre Frucht bringen. Die Zeit der Dürre wird uns nicht verbrennen. Die Hitze wird uns nicht verbrennen. In der Hitze fürchten wir uns nicht. Dieser Text, der steht in Jeremiah 17, den kannst du nachlesen. Du sollst heute gepflanzt sein, in der Beziehung zu Gott. Lass diese Beziehung heute reichlich bewässert sein durch den Heiligen Geist. Denn ich weiß, Gott hat mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017